Auf jeden Fall wird das ein richtiges Feuerwerk. Beide schwer. Da kann es schnell gehen. Du hast gesagt, wir werden den Patrick Vespaciani 2.0 sehen. Du hast dich weiterentwickelt. Ich will ringerisch noch mehr dominieren. Noch mehr. Noch mehr Takedown suchen. Hallo liebe Kampfsportfreunde. Bei mir sitzt Deutschlands Schwergewichtshoffnung Patrick Vespaciani, der im April bei NFC 8 ein Debüt nach Maas hingelegt hat und jetzt schon den nächsten Kampf anstehen hat, nämlich am 6. August im Maritim in Bonn im Rahmen von NFC 10. Patrick, besten Dank erstmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir hatten ja nach deinem Sieg im April schon miteinander gesprochen, aber so kurz nach dem Kampf, auch einen Tag nach dem Kampf, da konnte man das Ganze nicht richtig setzen lassen. Da ist noch zu viel Euphorie da, da ist so viel Adrenalin da. Jetzt, ein paar Monate später, rückblickend. Was war das für ein Abend für dich? Erstmal ein ganz besonderer auf jeden Fall. Also wie ich schon gesagt habe, dass ich da so einen Sieg davon fahre, hätte ich nicht gedacht. Das war schon ein Debüt nach Maas, wie man es auch aus allen Ecken hört. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin erst am Anfang. Ich trainiere jetzt weiter. Der nächste Kampf steht vor der Tür und da wird auf jeden Fall am 6. August eine neue Version eines Patrick Vespaciani stehen, der sich auch noch weiterentwickelt im MMA. Sehr interessant. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Finde ich sehr, sehr spannend, weil die Spanne ist ja nicht so lang gewesen, es ist nicht so viel Zeit vergangen. Ich habe gehört, es hat mir ein Vögelchen gezwitschert, du warst wie auf Wolke 7 erstmal für ein paar Wochen nach diesem Kampf. Ja, zu 100 Prozent. Also dieses Feedback, das man auch bekommt. Ich meine, die MMA-Szene, die wächst und wächst und wächst. Das ist ja wirklich, man wird auf der Straße angesprochen. Das hatte ich so in der Form noch nie. Also im Kickboxen, ja. Aber jetzt auch bei Octagon zum Beispiel, da kamen Leute zu mir, wollten mit mir Bilder machen. Und da dachte ich auch so, okay, steckt ja doch ganz, ganz viel dahinter. Und natürlich freut es auch einen. Und ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ein bisschen so auf dem richtigen High war, aber es hat mir schon gefallen. Es war schon schön natürlich, dass man auch die Anerkennung für diese harte Arbeit bekommt irgendwo. Aber ja, irgendwo muss man auch mal auf dem Boden der Tatsachen noch bleiben. Das war mein erster Kampf. Und ja, bin dann auch erstmal in den Urlaub gefahren. Hat auch lange gedauert, bis ich da wieder runtergekommen bin, sage ich mal. Ich war immer noch ganz angespannt, auch noch Wochen danach. Ja, und dann im Urlaub bin ich dann langsam wieder runtergekommen und dann direkt nach dem Urlaub wieder ins Training voll eingestiegen. Also direkt wieder zweimal am Tag. Nicht langsam angefangen, sondern direkt Vollgas. Also ich sage mal, ihr habt eine harte Vorbereitung. Der Kampf selber, das ist mental und für den Körper auch eine Riesenbelastung. Dementsprechend habt ihr es euch natürlich auch verdient, euch da im Nachgang ein bisschen feiern zu lassen. Aber ich sage, da hast du vollkommen recht mit. Man muss natürlich auch irgendwann die Kurve kriegen und wieder runterkommen und zusehen, dass man nicht abhebt. Gibt es irgendwas, was dich erdet? Dein Team, deine Familie? Keine Ahnung. Hast du irgendeinen Anker, der dich auf den Boden der Tatsachen zurückholt? Und wenn, guck mal, das war der erste Kampf, aber es wird mit Sicherheit nicht der letzte gewesen sein und auch nicht der letzte Sieg. Und ich glaube, dieses High wird noch größer, je größer die Kämpfe werden. Natürlich, natürlich, da gehe ich voll mit dir. So einen Anker an sich habe ich jetzt nicht. Ich bin an sich schon ein sehr ruhiger Mensch und meditiere auch viel und bin auch gern für mich selber. Und ja, wie gesagt, ich gehe von Kampf zu Kampf und gucke jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ah, jetzt. Sondern ich gucke, wie es kommt und natürlich gebe ich Vollgas in der Vorbereitung. Dies hart wirklich ganz jedem nochmal sagen. Viele, viele Freunde sagen zu mir auch, ich wäre auch gern wie du zweimal am Tag trainieren und so. Aber es ist nicht immer so easy, wie es halt aussieht im Instagram oder ja, es steckt halt viel mehr dahinter. Ja, definitiv. Also das ganz ohne Frage. Du hast es gerade selbst so ein bisschen kurz angerissen. Du wirst von vielen Leuten angesprochen, du bekommst viel Support aus deinem Umfeld. Und ich muss sagen, ich war selbst überrascht. Also ich hatte dich ja vorher schon trainieren sehen und habe mich dementsprechend auch auf dein Debüt gefreut. Aber ich war extrem überrascht, wie viele Fans du schon im Rücken hattest. Dafür, dass du da dein Debüt gibst. Klar, du hast vorher ein paar Kickboxkämpfe gemacht und so weiter. Aber woher kommt diese große Community, die da hinter dir steht? Das ist ja für einen Debitanten nicht unbedingt üblich. Ja, in erster Linie gebe ich mir da wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe im Instagram. Bin wirklich viel unterwegs. Ist ja auch mein Job, sage ich mal, irgendwo. Ich arbeite ja auch für eine Organisation als Social Media Account Manager. Da habe ich schon viel Erfahrung. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe bestimmt, und ich lüge euch jetzt nicht an, also ich habe bestimmt drei Wochen gebraucht, um wirklich jedem zurückzuschreiben. Und wenn ich dann schon die Hälfte hatte, dann hat die andere Hälfte schon wieder zurückgeschrieben. Und es war wirklich fast unmöglich. Ich habe es wirklich probiert. Vielleicht den einen oder anderen habe ich vergessen. Tut mir wirklich leid. Aber ich glaube, deswegen kommt es, weil ich halt erreichbar bin. Ich schreibe den Leuten zurück. Ich schreibe jedem zurück, natürlich, wenn so dumme Nachrichten kommen. Natürlich gehört es auch dazu irgendwo. Aber ich probiere wirklich, jedem zurückzuschreiben. Und ich denke, das macht es dann aus. Natürlich, wenn du dann irgendwann einen Riesenaccount hast mit 100.000, ganz klar, dann kommst du da nicht mehr hinterher. Aber ich denke, jetzt ist es einfach vom Vorteil, den Leuten einfach das Gefühl zu geben, auch wirklich dazuzugehören, Feedback zu geben, denen zurückzuschreiben. Und da sieht man ja auch, dass das, sage ich mal, das Geheimnis ist, dann so eine Riesen-Community zu haben. Man sieht es ja auch. Also das sind wirklich alles Leute, die über deine Social-Media-Kanäle zu dir gefunden haben? Das ist jetzt niemand aus deinem persönlichen, direkten Umfeld? Es sind auf jeden Fall auch viele Freunde dabei, definitiv. Aber auch wirklich sehr, sehr viele, die durch den Kampf, ich glaube, nach dem Kampf habe ich 1500 Follower dazubekommen. Locker, wenn es reicht, vielleicht sogar mehr. Und das ist schon heftig gewesen. Das ist ziemlich brutal. Aber noch brutaler finde ich, dass diese Masse an, weil ich kann mich erinnern, als wir den Kampf angekündigt haben, da sind bei uns schon die Direct-Messages reingeflogen. Ja, der Vespaziani kämpft, auf welcher Card ist der im Freestream oder im Fernsehen? Da habe ich gedacht, was geht denn jetzt ab? Der Typ gibt sein Debüt und die Leute drehen hier voll durch. Vorher schon. Das finde ich beeindruckend. Und ich sage mal, Social Media war natürlich schon immer wichtig, seit es die Dinger gibt. Aber ich habe das Gefühl, so in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren, ist das nochmal auf eine ganz andere Stufe gekommen. Wenn man sich mal anguckt, was Christian Eckerlin, also dein Teamkollege mit seinem Kanal macht, Stefan Pütz mit seinem Kanal macht, viele andere machen jetzt YouTube-Kanäle auf. Du arbeitest in dieser Branche? Gibt es irgendeinen Rat, den du den jungen Kämpfern geben kannst, die auch sagen, shit, so ein Following und so eine Community möchte ich auch gerne haben? Ja, definitiv. Also erstens mal einfach authentisch sein, nicht jemand versuchen, sein zu wollen, dem man nicht ist. Die Leute merken das, sage ich auch direkt, habe ich ein Beispiel für euch. Und zwar, wenn ich jetzt sage, meine Lieblingsfarbe ist rot, dann kommen zwei, drei Leute von der Ecke und sagen, hä, letztes Jahr war es doch aber noch grün und so. Also die Leute, die merken das schon und die merken sich auch Sachen. Und da ist es halt wichtig, dann einfach authentisch zu sein, einfach zu sein, wie man ist und natürlich auch den Leuten auch mal zurückzuschreiben. Auch wenn man die jetzt nicht kennt, man sieht, man merkt ja schnell, worauf es dann hinausgeht. Und ja, viele fragen dann auch und sagen dann, naja, wie kann ich das und das? Und dann nimmt man sich auch die Zeit. Zum Beispiel tue ich wirklich jedem auch manchmal einfach eine Sprachnachricht zurückschicken, was dann auch wieder ein Gefühl gibt von, okay, der nimmt sich wirklich extra die Zeit und dann hast du auch jemanden, der dich wirklich von Herzen supportet oder halt auch dann nicht. Und deswegen einfach authentisch sein und aktiv sein natürlich. Auch mal andere Sachen liken oder auch mal von Teamkollegen. Ich glaube, ich kommentiere wirklich alles, was ich sehe. Wenn ich jetzt sehe, ihr postet was, ich kommentiere es einfach. Es ist ja auch nichts dabei, es kostet nichts, es hilft euch. Und wenn es nur zwei, drei Kommentare mehr sind, aber es hilft dir auch irgendwo die Reichweite zu steigern und da einfach nicht egoman sein, kein Ego sein, auch mal andere unterstützen, kleinere Accounts unterstützen, was überhaupt nicht schlimm ist und kein Geld kostet. Hand aufs Herz, wie viel Zeit steckst du pro Tag in deinen eigenen Account? Jetzt mal abgesehen von deinem Job, wenn du das für andere machst. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin bestimmt vier, fünf Stunden am Tag. Fünf Stunden? Ja, locker. Wenn ich auch wirklich, wenn man was postet, da kommen auch viele Reactions rein, dann hängt man da auch wieder dran. Ich meine, ganz ehrlich, manchmal nehme ich mir abends eine Stunde Zeit und sage dann, okay, jetzt nehme ich mir Zeit für meine Community, tue alles beantworten, mache einen Post fertig und dann natürlich auch die Arbeit noch, da muss man dann auch Grafiken erstellen, Posts machen, Stories hochladen, das ist halt auch alles so ein Ding, das kann man wirklich ineinander verschmelzen. Ich mag das zum Beispiel, viele können auch nicht so lange am Handy hängen, das ist auch völlig in Ordnung oder manche sagen halt, es ist nicht so mein Ding, aber ich muss auch wirklich sagen, dass Instagram so wirklich eine perfekte Werbeplattform ist. 100 Prozent, da kann man sich sehr gut präsentieren, wenn man dann wächst und wächst und wächst und wächst und man hat eine gute Community und dann kommt man auch an Sachen ran, wo man als kleiner, sage ich mal, kleiner Account nicht dran kommt. Auch wenn der kämpfen kann, aber man nimmt die nicht so wahr wie jetzt seinen großen Account, das ist einfach so. Und das ist auch gar nicht verwerflich, deswegen habe ich den Tipp, dass jeder, der da einfach mal ein bisschen mehr Herzblut reinstecken sollte und sich da halt besser vermarkten sollte und dann klappt das auch und klappt auch alles, klar. Jetzt ist das natürlich aber mit den sozialen Medien auch immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also ich habe die Erfahrung gemacht und die jüngste Vergangenheit hat es ja auch gezeigt, dass dieser Fan-Zuspruch, der sehr, sehr groß ist, du hast es selbst gesagt, die merken sich das und die sind sehr, sehr passioniert und verfolgen wirklich alles, was du machst. Aber sobald du etwas machst, was denen nicht so gefällt, dann schwenkt das auch sehr, sehr schnell um. Ich finde, man hat das jetzt gesehen beim Kampf von Christian zum Beispiel bei Octagon, der ja ein bisschen kontrovers gelaufen ist und der Kollege Ringlife beispielsweise hat ein extra Video noch drüber gemacht über YouTube, weil er gesagt hat, alter, so viel Hate habe ich noch nie abbekommen. Obwohl der eine extrem starke Community hat, keine Ahnung, halbe Million Follower auf YouTube und immer Daumen hoch und alle standen voll hinter dem. Und auf einmal bekommt der Hate ohne Ende. Das hat sich dann wieder gedreht, nachdem er dieses Video darüber gemacht hat, aber das ist schon ein zweischneidiges Schwert. Wie gehst du mit sowas um? Das hatte ich noch gar nicht so. Also wie ich schon sage, ich bin immer, wie ich bin. Aber du machst ja auch die Accounts von anderen. Also ich glaube, man kann es ja auch sagen, du machst den Account von Octagon. Da kamen ja wahrscheinlich auch dann ein paar negative Mails rein, denke ich mal. 100 Prozent, aber muss man halt abkönnen. Es ist halt trotzdem irgendwo auch Aufmerksamkeit und man darf sich davon halt nicht unterkriegen lassen. Es ist halt so, wie es ist. Und wenn dann eine Hatewelle kommt, dann muss man einfach mental dann da sein und stark sein und halt sich dann nicht sagen, oh ja, was mache ich jetzt und denke, es wird bestens gelöst von deren Seite. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie es bei dir weitergeht, ist bekannt. Du hast am 6.8. jetzt einen Kampf. Das heißt, das Training läuft. Zusätzlich zu den fünf Stunden Social Media musst du also noch zwei Trainingseinheiten einschieben. Die Tage werden also länger. Dein Gegner heißt Florian Della Motta. Was ist das für ein junger Mann? Was erwartet uns für einen Kampf? Auf jeden Fall wird das ein richtiges Feuerwerk. Beide schwer. Da kann es schnell gehen. Wir haben beim letzten Mal schon über deine Performance im April gesprochen in dem Kampf da. Ich fand die war sensationell, das Striking. Boxen insbesondere war also für ein Schwergewicht Wahnsinn, was Beinarbeit, was Bewegung angeht. Ich finde, Schwergewichte machen oft viel durch Power und wenig durch Technik. Bei dir sieht man schon, die Power ist da, aber vor allen Dingen ist die Technik da. Es war ein sehr, sehr schön anzusehender Kampf. Wo ist die Weiterentwicklung? Was sehen wir Neues? Woran hast du gearbeitet? Oder beziehungsweise, du willst natürlich von deinem Gameplan nichts verraten, aber was hast du, als du wieder ins Training eingestiegen bist, dir gedacht, muss ich besser machen? Definitiv. Dankeschön erstmal. Ich will ringerisch noch mehr dominieren, noch mehr Takedowns suchen und auch gerade, ich hatte ein paar Situationen in meinem ersten Kampf, wo ich ihn hätte auch locker, was heißt locker, mit bestimmten Techniken runterbringen konnte. Habe es aber nicht gemacht, weil ich einfach denke, dass da die Erfahrung gefehlt hat. Da arbeite ich ganz akribisch jetzt im Training und es wird auf jeden Fall ein hartes Duell. Beim letzten Mal haben wir gesehen, dass du definitiv in der Lage bist, drei Runden zu gehen, gegen einen sehr, sehr zähen Typen, der einfach nicht runtergehen wollte, obwohl du ihm harte Treffer eingeschenkt hast. Ist diesmal das Finish ein Ziel? Das Finish kommt, wie es kommt. Ich suche es. Auf jeden Fall müsste ich es früher suchen. Ich glaube, im letzten Kampf hätte ich es auch früher suchen müssen. Ich habe natürlich gewartet und es war mein erster Kampf, ich wusste nicht, wie ist es, drei Runden oder erst mal zwei Runden zu gehen. Was ist, wenn ich jetzt das Finish suche und ich power mich aus und der geht nicht runter, weil er so stabil war. Denke ich, dass es einfach so im Kampf kommt, wenn du dann siehst, okay, wenn die erste, zweite, dritte Mal einschlägt und du merkst schon, okay, er ist dann schon beeindruckt. Und dann kann man halt, das finde ich dann schon irgendwann suchen. Aber bei meinem letzten Kampf war es sehr, sehr schwierig. Ihr habt es selber gesehen. Egal, wie ich den gebombt habe, der wollte einfach nicht. Selbst bei dem Typ, da dachte ich, okay, das war es. Nee, da steht er da immer noch rum und dachte so, okay. Das war schon Wahnsinn. Er war eigentlich ein undankbarer Debütgegner, muss man sagen, weil man gegen solche Leute in der Regel schlecht aussieht. Halt, zäher Typ. Hast du in dem Fall gut gemeistert. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Kampf am 6.8. Falls du irgendjemanden grüßen möchtest, noch irgendetwas loswerden möchtest, deine Kamera wäre dort. In erster Linie möchte ich mich bei all meinen Sponsoren bedanken, bei meinem Manager natürlich und an alle Leute, die hinter mir stehen. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen für euren Support. Nur mit euch geht's und auf geht's in die nächste Schlacht. Ja, ihr könnt die Karriere von Patrick Vespaziani mitverfolgen bei NFC. Er trifft am 6.8. auf Florian Delamotte im Maritimhotel in Bonn. NFC 10. Tickets gibt's unter fighting.de slash tickets. Und das Ganze seht ihr wie immer bei Fighting auf YouTube. Und die Maincard auf Sport1. Und das Ganze seht ihr wie immer bei Fighting auf YouTube.